Kürzlich erst gab RTL bekannt, dass Profitänzer Christian Polank nicht in der diesjährigen Staffel von Let's Dance dabei sein wird. Auch er selbst bestätigte seinen Ausstieg auf seinem Instagram-Account. Ich habe einfach mittlerweile zu viele andere wichtige Aufgaben in meiner Tanzschule, meinem Tanz-Fitness-Programm sowie einigen anderen Projekten, um die ich mich kümmern muss, begründet der 45-Jährige sein Let's Dance aus. Nun allerdings wurden stimmlaut, er sei doch in der 17. Staffel der RTL-Tanzshow dabei. Hatte er es sich etwa doch anders überlegt? Die Antwort ist ja, Christian Polank ist dabei. Jedoch leider nicht als Tanz-Profi, wie wahrscheinlich viele Fans gehofft hatten, sondern als Zuschauer bei der großen Kennenlern-Show. Gerade erst postete er in seiner Instagram-Story, dass er nun in Köln angekommen sei und später auf seine Let's Dance-KollegInnen treffen werde. So ganz will der Profi-Tänzer offenbar noch nicht Abschied nehmen.